An unserem Hochzeitstag war es mein größter Wunsch, dass alles genau so wird, wie wir es uns vorgestellt hatten. Mein Mann sollte mich umwerfen und einfach wunderschön finden. Unsere Gäste sollten sich wohlfühlen und einen unvergesslichen Tag mit uns verbringen. Mein Wunsch ist in Erfüllung gegangen, denn schöner hätte unser Tag wirklich nicht sein können. Was mir dabei am meisten geholfen hat, war meine Erfahrung als Hochzeitsplanerin. Und dieses Wissen möchte ich dir gerne zur Verfügung stellen, damit du auch deine Traumhochzeit verwirklichen kannst. Komm in meine Hochzeitsacademie und ich zeige dir dort in meiner Wedding Masterclass, wie du selbst wie ein Profi deine Hochzeit planen kannst, ohne etwas Wichtiges dabei zu übersehen. Was wünschst du dir denn am allermeisten für deinen Traumtag? Wie geht es um bis dahin? Untertitelung des ZDF, 2020